Wo jeder einzelne Staatsbürger, wo jeder arzene Österreicher in Freiheit lebt und jeder korrupte Politiker in Hessen sitzt. Ich glaube an euch, danke schön, ich bin stolz auf euch und jetzt lassen wir sie hören, dass sie uns unsere Freiheit nicht nehmen können. Lass uns die Bildung um die Welt gehen, auf geht's! Widerstand! 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 Leih, hei! Leihheit! 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 Die letzen und dachten!